Im heutigen Video versuchen wir erneut, ein König zu werden. Aber ob uns es gelingen wird, König zu werden, seht ihr in der heutigen Folge. Lasst ein Like da und viel Spaß mit Be The King. Was geht ab oder so, Crew? Wir spielen Be The King. Es wird wieder Zeit, König zu werden, Leute. Lange ist es her. Um ehrlich zu sein, ist es gar nicht so extrem lange her. Aber wir versuchen es und wir müssen gucken. Der König macht immer so komische Anze... Oh mein Gott, wir wurden direkt schon erwischt. Leute, also, das Spiel hier ist extrem, extrem schwer. Und man muss wahrscheinlich sich sogar Sachen kaufen, um dass man das Spiel hier durchspielen kann. Weil ansonsten kann man das Ganze hier nicht wirklich schaffen. Weil es ist so ein bisschen random generiert, dass man hier erwischt wird oder nicht erwischt wird. Und das ist mega, mega kompliziert. Deswegen, wir probieren es jetzt erstmal, ohne sich irgendwas zu kaufen, hier versuchen König zu werden. Alter, oh mein Gott, wie soll man das denn schaffen? Es ist voll kompliziert, Mann. Junge, wir müssen es doch irgendwie hinbekommen. Okay, wenn der König mit irgendwas zuckt, dann müssen wir aufhören mit dem Messer nach ihm... Okay, man muss wirklich extrem, extrem schnell sein. Wow, alright, 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 alright. Alter, was für ein Scam. Was für eine Veräpplung! Hilfe, ich will König werden! Oh mein Gott, ich wurde schon wieder erwischt. Ah, oh mein Gott! Okay, es ist wirklich richtig schwer, wie ihr sehen könnt, Leute. Das Ganze ist halt wirklich... Okay, äh, ich hab ja nicht so das Gefühl, dass das hier funktioniert. Ich probier's jetzt einfach, Leute. Ich probier's, okay? Ich werde einfach auf jedes Zucken von dem König achten. Jedes Zucken wird... Ja! Okay, es ist soweit. Es ist soweit. Okay, wir sind König geworden. Nein, wir werfen das weg. Wir holen uns... Oh, wir haben einen Hut. Hihi. Okay, es hat funktioniert. Alright, 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 alright. Da liegt jetzt der alte König. Und jetzt haben wir hier einen Typen hinter uns, der uns wahrscheinlich... nicht so wohl gesonnen ist. Oh mein Gott, was? Ich hab mich direkt umgedreht. Was? Ist das hier kompletter? Ja! Oh mein Gott, ich hab ihn. Oh mein Gott, ich hab ihn. Okay, okay. Ich bin wirklich gut in diesen Spielen. Falls ihr das nicht kennt, Leute, ich hab schon ein paar Mal diese ganzen Spiele hier gespielt. Checkt auf jeden Fall die Folgen aus auf dem Kanal. Nein! Was? Ich hab mich doch direkt versucht umzudrehen. Jetzt ist der einfach zu einem Typen geworden mit Hut. Oh man. Alter. Wie soll man das denn schaffen? Das ist voll schwer. Okay, Leute. Wir gehen jetzt hin und werden jetzt uns neue Sachen holen, um hier weiterzukommen. Ja? Bitte gebt euer Geld nicht unnötig aus. So, wir probieren das jetzt. Let's go. Wir können hier das legendäre Messer freischalten. Das gibt uns 50% mehr Geschwindigkeit. Aber, ich geh jetzt mal hier hin. Wir haben hier das Legendary Mode. Oh, interessant. Man kann das Spiel im Legendary Mode einfach mit Lichtgeschwindigkeit, also mit einer schnelleren Geschwindigkeit spielen. Dann haben wir hier das Drachenschwert. Ich würd sogar, glaub ich, das Drachenschwert holen. Lass das mal ausprobieren. Let's go! Oh, all right. Wir haben das Drachenschwert. Heißt das Drachenschwert? Ja, ich glaub schon. Okay, congratulations. You new weapon bla 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 was unlocked. Leute, er sieht nämlich so aus. Man muss hier irgendwie Geld ausgeben, damit man das hier spielen kann. Aber ich mach das alles hier für die Wissenschaft. Deswegen probieren wir das Ganze jetzt einfach mal aus, ob wir jetzt wirklich besser geworden sind. Hier haben wir unser Messer und versuchen ihn jetzt einfach mal damit zu bekommen. Oh, mein Gott. Wirklich in der letzten Sekunde. Baaah! In der letzten Sekunde. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob dieses Messer uns irgendwie weiterbringt, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Vielleicht holen wir uns gleich auch nochmal die doppelte Geschwindigkeit. Let's go! Okay, damit haben wir ihn jetzt schon mal zuerst bekommen. Wir haben das Messer. Okay. Das soll angeblich 50% schneller sein, was ich aber nicht glaube. Egal. Egal. Wir werden es jetzt probieren. Okay. Wir haben noch eine Möglichkeit. Wir können das Ganze auch noch schneller spielen. Okay. Und. Was? Ich hab geklickt. Ich hab geklickt, aber es funktioniert gar nicht. Oh, mein Gott. Dieses Spiel ist so eine Veräpplung. Das ist wirklich das schwerste Spiel, um König zu werden. Alter, Junge. Junge, was? Zum Teufel. Let's go. Okay. 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 Wir haben es wieder hingekriegt, aber das wird ja richtig schwer, wenn man diese Typen da irgendwie, wenn die hinter einem sind. Man weiß ja gar nicht, in welchem Moment man sich umdrehen muss. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Funktioniert das wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Oder ist es wirklich einfach nur kompletter Troll? Ich will auf jeden Fall weiterkommen. Ich hab's ja eben schon geschafft. Hört hin. Ich werd klicken. 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 Was? Oh mein Gott. Wie kann das so schwer sein? Wow. Okay. Man sieht schon, dass es ein bisschen schneller ist. Let's go. Okay. 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 Man sieht, dass es wirklich schon was gebracht hat, dass man schneller ist. Okay. Wir haben die Krone. Wir ziehen uns hier den Mantel an und es geht weiter. Das hier ist richtig, richtig schwer. Hier ist meine Maus. Leute, ich zieh durch. Komm schon. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Ihr habt's gesehen. Ich hab gedrückt in dem Moment. Was soll das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Oh. Meine Maus ist voll schnell jetzt. Hilfe. 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 Okay. 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 Es ist übel, die Challenge, das hier zu schaffen. Freunde der Nacht. Es ist übelst, die Challenge, das hier zu schaffen. Okay. Ich hab's eben hingekriegt. Ja. Damit haben wir ihn. Damit haben wir ihn. Damit haben wir ihn. Let's go. Weg mit dir in den Knast. Du komischer Ritter. So. Jetzt kommt der Bodybuilder. Wir haben Level 3 erreicht. Okay. Ich glaube kurz. Was? Digga. Was? Oh mein Gott. Okay. Neuer Versuch. Er macht einfach Liegestütze. Ich verliere dadurch voll viel Zeit. Komm schon. Ja, Mann. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Hä? Wieso werden auf einmal zwei Ritter da unten reingeworfen? Oh. Ein Geist? Wie funktioniert dieser Geist? Oh mein Gott. Das ist der Geist von Dings. Wir sind tot. Okay. Okay. Wie kriegen wir ihn? Wie kriegen wir ihn? Er verschwindet einfach. Dieser Sack. Alter. Wie soll man sich da umdrehen? Der macht ja... Und rennt direkt auf dich los. Wow. Oh mein Gott. Okay. Pass auf. Wir holen uns jetzt nochmal dieses Lichtgeschwindigkeit Ding ins Kirchen. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay. Wir haben den schnellen Modus aktiviert. Und jetzt geht's los, Leute. Okay. Das ist... Funktioniert gar nicht. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir, Leute? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Komm schon. Ja. Ich frage mich, was passiert, wenn wir hier König werden, Alter. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass dieses Spiel einer durchgespielt hat. Weil das ist ja so ultraschwer. Was? Ja, Mann. Oh, wow. Okay, 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 okay. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ich habe da jetzt diesen Lightspeed Mode geholt. Aber bringt der mir wirklich was? Ich habe so das Gefühl, der bringt mir gar nichts. Okay. Wir haben ihn, wir haben ihn. Jetzt kommt schon wieder dieser Geist. Wird dieser Geist es schaffen? Ich habe das Gefühl, dieses Spiel ist komplette Verarsche, Leute. Ich habe dieses böse Gefühl, dass der irgendwie ein bisschen verarscht ist. Oh mein Gott, er verschwindet einfach. Dieser Geist verschwindet einfach. Und dann braucht er 100 Jahre, bis er wieder nass. Hey, da oben sind wir irgendwie so fliegen. Wow. Oh, man kann hier den Legend Mode anschalten. Machen wir mal rein. Okay, ich habe nämlich eben nicht gedacht, dass das sich ändert. Wow, okay, okay. Das ist krass. Okay, ist das jetzt alles ein bisschen schneller? Okay, das heißt also, vielleicht können wir uns jetzt sogar schneller umdrehen. Das Problem daran ist einfach, dass alles, das ist jetzt alles schneller. Es ist einfach alles schneller. Es ist jetzt einfach alles schneller. Alter, dieses Spiel ist so, ist so ein Troll. Oh mein Gott, ich habe es. Mit diesem Lightning Speed ist es noch viel schwerer. Man schafft dieses Game nicht. Ich schwöre es euch, Leute. Dieses Spiel ist Scam. Wow. Also ganz ehrlich, in diesem normalen Modus ist es so viel einfacher. Come on. Jawohl. In dem normalen Modus geht es. Aber dieser Lightning-Modus ist ja der größte, also wirklich die größte Abzocke. Und wie soll man bitte gegenüber von diesem Geist, wenn man da jetzt nochmal zu diesem Geist kommt, wie soll man das schaffen? Das ist doch gar nicht möglich. Dieser Geist macht so und fliegt direkt auf dich zu. Wie? Ja. Ja. Das ist so schwer, dieses Spiel. Bitte, Leute. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass das wirklich richtig, richtig hart ist, Game. Ich glaube, das ist einfach nur, um Leute zu verarschen. Das ist wirklich so unnormal schwer. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht, wie das... Wie... Wie soll ich diesen Geist hier bekommen? Das ist nicht möglich Das ist nicht möglich Das ist nicht möglich Ich habe jetzt extra für ein oder zwei Euro Dieses Ding hier geholt, dass ich besser werde Aber es geht nicht Hier Lightning Mode Okay, das ging schnell Oh mein Gott, ich sage euch ehrlich Mein Fazit, diese ganzen anderen Spiele sind so viel besser Das da ist wirklich die Größe Verarsche Leute Okay Ich bin raus Dieses Spiel funktioniert nicht Das ist komplette Verarsche Holt euch das nicht, das ist verarsche Leute Wenn ihr wollt, dass ich das nochmal spiele und weiter probiere Lasst jetzt ein Like da, ich schaffe es nicht Oh mein Gott, Hilfe